Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Sceptic Core. Wir hatten hier im letzten Mal beim Reservoir aufgehört, wo wir jetzt mit dem tollen, na wo ist es, den großen Helgagd-Panzer rüberschippern können. Das Dämliche seht ihr jetzt leicht. Wir lassen dieses Ding mit Lobo Schiff runter, aber können uns nicht da hinten runterlassen, also... Ja, habe ich ja schon mal angesprochen, das Logischste ist es jetzt nicht. Ja, wäre auch traurig, wenn nicht. Obwohl wir gar keine Paddel haben, um das Ding dafür zu steuern. Und Lobo da auch, die alle da so langsam runtergleiten. Eigentlich müsste Lobo zumindest schon im Wasser gelandet sein. Aber nun gut. Ähm... Ja, ich hasse den örtlichen Wald. Weil er so verdammt riesig ist. Und die Karte hier leider sehr unübersichtlich ist. Weil es hier so ganz viele kleine Ecken gibt. Okay, abgeschlossen. Das, äh, muss ich gar nicht erst anklicken. So dolle wollte ich Maya's Signature dann doch nicht hören. Oh, ich hätte, oh, ich hätte neue Brote holen sollen. Mir war nicht bewusst, dass wir so viele im Forschungslabor verbraucht haben. Es kam mir weniger vor. Und, äh, da ich's vergessen habe... Einmal kurz... Nö, hat keiner gesehen. So. Schauen wir mal, was diese dämlichen Wölfe hier drauf haben. Gegen solche Gegner haben wir lange nicht mehr gekämpft. Äh, jetzt hält natürlich Maya super in der Position, alle drei anzugreifen. Oh Gott, die machen ja Schaden. Wieviel machst du mit einem Zweier an... Muss ich dazu noch irgendwas sagen? 103, okay. Es geht noch. Das heißt, wir machen hier mehr Schaden scheinbar wie im Forschungslabor. Das, äh, freut mich ungemein. Oh, aber die machen auch extremst viel Schaden. Nun gut, ich hab ja schon mal gesagt, es ist eigentlich auch nicht gedacht, dass man's so rummacht. Aber das ist mir jetzt einfach mal schnutzpiep egal. 107, beziehungsweise, was heißt, es ist nicht gedacht, es ist nur leichter, das andere zuerst zu machen. Aber die Erfahrungspunkte geben soll man auch nicht hier wirklich viel. Das ist ja wieder ehrlich. Mal hier entlang... Ach, erwählte. Ich dachte schon, die ignorieren uns. 200. Schieß da mal drauf, das ist vollkommen okay. Ich weiß gar nicht, wie viele Lebenspunkte der da unten hatte. Ich glaub, der hat weniger. 89. Uh, das ist, äh, das ist ja doof. 89 finde ich blöd. Wo greifen wir halt die hier unten an? Da holt er ja noch weniger Schaden raus. Hm, alles gerade nicht ganz so optimal hier. 144, immerhin. Ja, ist ja gut. War mal hier geschwind draufgeschossen. Das hat immer noch nicht gereicht. Furchtbar. Kratzt du schon mal den hier an? Dann kann man ja dem gleich... Ah, einmal machen die Erwählten moderaten Schaden. Das ist tatsächlich noch aushaltbar. So, jetzt müsste es aber reichen, oder? Ich dachte gerade schon nicht. Das wäre ja sehr frustrierend gewesen. Okay, die geben tatsächlich gut Erfahrung. Vor allem gut Gold. Von den Erwählten dann, äh, bitte mehr. Wenn sie etwas langsamer down gehen, wie die, äh, Wölfe, so machen sie doch deutlich weniger Schaden. Ich mag das Gebiet trotzdem nicht. Kommt man hier jetzt nochmal... Da in die Ecke rum? Ja, kommt man. Könnte ja theoretisch was sein. Es könnte eine Biene da sein. Mehrere Bienen. Oh Gott, hätte ich jetzt gerne wieder Aram. Ich könnte... Ja, ist ja gut hier. Ich könnte mal gucken, was passiert, wenn ich da eine Granate... Oder mal hier eine Granate reinballere. Die trifft ganz gut. Mal schauen, wie Lobo da mit seinem, ähm... Mit seinem Napalm herhält. Ja, äh, die saugt Leben ab. Das finde ich jetzt nicht so toll. Dafür darf sie direkt mal sterben. Oh. Lobo hat ja eine richtig hohe Reichweite damit. Glättert er doch höher wie Runner, aber ich glaube nicht. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Ich habe bei Lobo, glaube ich, noch nie das Napalm wirklich benutzt. 162 Erfahrung. Eine Core-Sphäre. 150 Core-Punkte zurück. Sieht vom Design her irgendwie am coolsten aus von den drei Gegenständen, die es da für die Core-Aufladung gibt. Und ein besseres findet man nicht. Nur hier dafür hat es sich jetzt aber auch nicht so wirklich gelohnt. Gut, hier den Weg nochmal entlang gehen. Könnte vielleicht auch mal einer der wenigen Orte sein, wo wir wirklich mehrere Folgen rumlaufen. Wie ich das jetzt einschätzen würde, weil ihr seht, da links oben in der Ecke, das geht noch weiter. Es ist noch hier lange noch nicht, äh, das, äh, also das hier ist noch lange nicht alles, was man hier auf der Karte sieht. Und das ist schon irgendwie relativ viel. Aber nun gut. Es lohnt sich auf jeden Fall, wenn man es vorher macht, dann ist das eine deutlich einfacher. Ich sehe doch den scheiß Gegner. Oh, wow. Jetzt kann er mich aus dem Hinterhalt angreifen. Ähm. Ach. Lobo, du stehst da, wo Korn am Bestätten stehen soll. Wie viel machst du mit einem Zweier? Ey, Lobo muss immer verfehlen, wenn ich doch einfach nur gucken will, wie viel Schaden er macht. Okay, das, äh, ja, die halten wirklich nichts aus. Machen dafür aber extrem viel Schaden und leider auch bei allen von uns. Aber wir kriegen sie extrem gut down. Wir hätten sogar keinen Schaden hier in dem Kampf bekommen, hätte Lobo auch getroffen am Anfang. Ach, Lobo. Das mache ich nur mit dir, okay, drei Wurzeln erhalten. Dann nimm doch auch mal alle einen. Das war vielleicht auch ein bisschen verschwendet, aber ey. Ich habe heute die Spendierhosen an. Da kann man das gerne mal machen. Ähm. Dann einmal hier hoch. Da entlang. Äh. Kann, ach ja. Kann doch hier durch. Ich weiß es, die Karte hat es mir gezeigt. Schauen wir mal, was hier drin ist. Könnte mich gerade nicht dran erinnern. Rüst Artefakt. Ja, das ist nochmal das, äh, ich glaube das ist mit das. Ist es schon das Beste? Ich weiß es nicht. Ne, ist nur eine Stufe besser. Oder Rüst Siegel, Rüst Rune, Rüst Artefakt. Könnte doch schon das Beste sein. Die Armor. Also etwas, was ich nicht wirklich pushe. Ich finde, das reicht tatsächlich, was man da über Rüstungen bekommt. Bei dem Spiel gilt, wie bei vielen anderen Spielen auch. So. Angriff ist die beste Verteidigung. Ähm, ja, wie machen wir das jetzt? Der schießt voll daneben. Das finde ich super. Dann kann Korg den ja einmal anschlitzen. Sagen wir mal, wie viel machst du denn bei dem eigentlich mit dem 2er? 93 reicht leider gar nicht. Greifen wir gleich mal auf Mayers Hitzika wieder zurück. Der Arsch kann heilen. Och ne, wie ätzend ist das denn? Heile habe ich ja überhaupt nicht gerne. Nehmen wir mal Logos Kreisel, damit der da oben schon mal weg ist. Zack. Weg damit. Ähm. Der schießt in eine komplett andere Richtung. Gut, dass er uns trotzdem alle trifft. Das, äh. Gibt mir tatsächlich eigentlich zu denken, aber naja. Macht Korg bei dem mehr Schaden wie Lobo? Kam mir jetzt so vor. Höchstwahrscheinlich irre ich mich aber einfach nur. 84, das ist tatsächlich gut. Nurinfalls 65, das ist noch besser. Korg beendet das hier einfach. Sehr schön. Wieder gute Erfahrungspunkte. Das, dafür lohnt es sich echt. Hier kommt noch eins. Hier oben in die Ecke reingelookt. Da haben wir einen Hebel. Einen Schalter besser gesagt. Obwohl, ne, Hebel ist doch besser angebracht wie Schalter. Na, da geht die Tür, ja. Natürlich geht die Tür da ganz unten auf. Ist ja auch logisch, wenn ich mal irgendwie ein Tor aufmachen wollte. Dann wollte ich auch mal durch den gesamten Wald rennen. Um dann zu der Stelle hin zu können, wo der Hebel ist. Absolut logisch. Würdet ihr auch so machen, oder? Aber das ist tatsächlich nicht so, nur so ein Logikfehler so von dem Spiel. Das haben wir echt extrem viele. Also für mich ist das eigentlich so ein kleiner Logikfehler. Weil warum sollte man Hebel, die ganz normale Tore und Türen öffnen, durch die eigentlich jeder mal durch muss. Und wie immer am anderen Ende irgendwie anbringen. Das wäre, vor allem hier, wo die ja militärischen Nutzen auch haben dürften, die Tore natürlich, äh, ultra fatal. Wenn es mal einen Angriff hier im Wald geben würde und die Erwählten sich zurückziehen müssten. Und dann erstmal zum anderen Ende rennen müssten, um den Hebel umzulegen. Ja, ob das so im Sinne des Erfinders ist. Das dürfte Lobo jetzt ohne Probleme schaffen. Dann ist der erste Heiler schon mal weg. Maja schießt sie hinten drauf. Ja. Ich hoffe, dass Korg und Lobo den jetzt in Kombination Down kriegen. Ja, müssten sie eigentlich. Komm, Lobo. Korg hat 37 Schaden gemacht, oder? Bei den Heilern macht er mehr Schaden wie Lobo. Das ist interessant. Einmal eben mit dir drauf geschossen. Dann mit dir. Und. Ah. Er klickt. So ein Mist. Null Schaden. Komm, du bist mein Held. Naja. Wo man ihm lassen muss, dass er nicht so andauernd verfehlt. Da ist hier unser guter Lobo viel schlimmer. Die mich jetzt sogar sinnloserweise dieses Brot gegeben habe. Ey, wird jemand mal aus dieser dämlichen Karte schlau. Also hier sind ja nun noch irgendwelche überlappenden Linien. Hier war ich schon mal, oder? Sieht ganz nach aus. Aber da hätte man tatsächlich die Karte ein bisschen besser machen können. Also man hätte die Karte generell besser machen können, aber vor allem für diesen Ort. Weil ich finde das da wenig ersichtlich, wo man jetzt wirklich her kann und wo nicht. Aber ist ja auch egal. Genau deswegen. Und jetzt stellt euch mal vor, ich müsste diesen Ort zweimal machen. Da hätte ich jetzt sowas von keinem Bock. Wo man glaube ich hier... Ah. Ich glaube, man müsste nicht den ganzen Ort zweimal machen. Sondern nur eine Hälfte, aber selbst das wäre mir zu viel. Haben wir hier geschwind drauf geschossen. Ja, okay, greift du noch mal an. Das ist jetzt tatsächlich scheiße, aber weniger schlimm. Von den Hautkorn weg. Du schießt da unten schon mal drauf. Ja, greif du ruhig an. Das ist mir jetzt ziemlich Latte. Der hat Lobo irgendwie ziemlich gut aus den Latschen. Das ist... Ist ja furchtbar. Da komm Lobo, beeil dich. Ist der immerhin schon mal weg? Ja. Tut dem Korn nochmal ordentlich weh, dass der mit der Demi einen Strahlen-Attacker auch noch Schaden macht, ey. Und... Und... Ja, natürlich muss er noch einmal vorher raushauen, damit Korn hier... Total angeknackst hier rauskommt. Dafür darf er sich auch schön rächen. Ja. Trank und ein Korn hatte Fakt noch erhalten. War überlegen, den Trank zu nehmen, aber habe ich gesehen, dass die anderen ja gar nicht so viel Schaden genommen haben. Komm, steig doch bald auf. Das ist super. Äh, aber erstmal eine kleine Sicherung. Dann schauen wir mal weiter. Ähm... Kurze Info noch. Das hatte ich vergessen zu sagen. Heute und morgen kommt jetzt also zweimal hintereinander dann, äh... Das Zepterakor und dann dafür... Danach die zwei Tage dann... Baldur's Gate... Ist vom Aufnehmen diese Woche besser. So rum als... Ähm... Ich sehe hier überall diese blöden Sonarfliegen oder was auch immer das sein soll. Können sich die Gegner eigentlich bewegen, wenn ich eine Karte aufhabe? Das ist auch wieder so, Demi, warum verbünden sich irgendwelche Wölfe mit erwählten Roboter? Also das, äh... Muss ich ja jetzt auch nicht so ganz verstehen, oder? Wo da der Sinn... Oh... Ich weiß, ich sollte mich nicht die ganze Zeit drüber aufregen. Dass Lobo inkompetent ist und verfehlt, aber es nervt mich. Es nervt mich hart. Kriegt Lobo auch direkt einen reingedappert für. Einmal danke, lieber Wolf. Dafür revanchiere ich mich doch direkt. Wächter mit. Okay, er löst ein Erdbeben aus. Das, äh... Finde ich jetzt nur minder schlimm. Tatsächlich. Er hätte schlimmere Angriffe machen können. Er kann jetzt auch einfach mal sterben. Das wäre natürlich das Schönste überhaupt. Ah, natürlich kommt er vorher nochmal ran. Wofür sollte ich eigentlich mittlerweile gelernt haben? Egal wie schnell meine Charaktere sind, der Gegner kommt immer noch einmal dran, bevor er stirbt. Kornreich Level 32, sehr schön. Gut, brauchen die alle noch lange. Ähm... Für Maya einmal. Für Lobo. Nochmal für Lobo. Das ist ja auch noch das Ätzende an Lobo, dass man ihn... ...nicht so richtig ordentlich geheilt bekommt. Und... Ich glaube, wir sind gerade voll im Kreis, aber... Irgendwo hier dürfte noch Verstecke sein. Da ist nämlich noch eine Truhe. Elixier Feuerprisma. Feuerprisma brauche ich so gar nicht. Ist auch wieder eins dieser Items, die die Resistenz gegen ein bestimmtes Element erhöhen. Also die, die ich nie nutze. Hier kann man auch noch rein. Power Egg ist... Ah, ist glaube ich... ...Schutz vor Betäubung. Gut, ich glaube, damit ist man, glaube ich, dann... ...komplett immun gegen Betäubung, aber... ...wie viele Gegner setzen Betäubung ein? Richtig kaum welche. Eigentlich hauptsächlich nur... Ja gut, die Assassinen. Da ist es tatsächlich nervig. Eben, ansonsten die Bienen, manche können das. Und, äh... Die Krabbengegner, aber das war... Das sind jetzt nicht genug Gegner. Wo ich sagen würde, okay, ich müsste jetzt hier dauerhaft meine Leute dagegen schützen. Ähm... Schafft ihr voll aufgeladen einen Wolf? Weil wenn ja, wäre das gerade praktischer. Komm, Lobo. Deine Heldentat. Ne, schafft ihr nicht. Dann kann man immerhin einen Heatsseeker oder einen Kreisel raushauen. Ja, wohl eher den Kreisel. Oh, komm. Die Wölfe sind tatsächlich die ätzendsten Gegner hier. Muss man so sagen, wie es ist. Und dann Lobo einmal rausgefeuert. Wenn man mich denn lassen würde. Ich glaube, der Kreisel zieht viel mehr Core wie der, äh... Die Zielkörper ist jetzt auch egal. Bevor der da unten auch nochmal angreifen kann. Mache ich es doch lieber so. Die Wölfe geben dafür aber auch relativ wenige Erfahrung. Dafür, dass die so ätzend sind. Das ist irgendwie... Mal wieder keine so gute Realation. Vielleicht mal schon mal ein, zwei Koronen genommen. So eine Gruppe für physische Schaden kann ich auch mal die Spezialfähigkeit zeigen. Wenn ich das denn mal... Das wird, äh, gar nicht mal so lange dauern, bis das mal der Fall ist. Aber wenn ich mal ein bisschen wirklich magischer unterwegs bin, was meinen Kampfstil hier anbegeht. Dann, äh... Kann ich das natürlich nie machen. Aber wir brauchen die ganzen Core-Punkte wirklich für die Zauber. Ach, jetzt greifen die mich an. Ist ja ganz herrlich. Da habe ich tatsächlich jetzt auch mal eine tolle Idee. Ob die so toll ist, werden wir gleich sehen. Weil die nehmen ja beide relativ hohe Schaden. Vielleicht hätte ich es länger aufladen sollen. Mal hier den Heatseeker und dann von mir aus nochmal den Kreisel. Ja, es hätte, glaube ich, besser... Ja, hätte ich den Kreisel noch eine Stufe länger aufgeladen. Da war ich etwas zu optimistisch. Habe jetzt ein bisschen Core verschwendet. Aber so geht es doch am schnellsten. Doch weniger Erfahrungspunkte, dafür relativ viel Core verschwendet. Naja. Jetzt habe ich den Kreisel nochmal einmal ein bisschen stärker aufgeladen. Zwei Heiler. Es bleibt bei zwei Heilern. Okay. Das ist tatsächlich interessant. Was habe ich denn eigentlich vor? Das war auch eine gute Frage. Mal schießen wir auch den hier drauf. Damit Onkel Lobo den umhauen kann. Ich weiß auch nicht, warum ich immer diese Onkel-Assoziationen habe. Weiß der Geier. Noch nicht ganz... Welche... Also Kong ist gegen die richtig effektiv. Mist. Eigentlich wollte ich es jetzt einfach mit zwei Schüssen von Maya und Lobo beenden. Aber beide machen mir einen Strich durch die Rechnung. Ich hasse euch so arg manchmal. Wie viel der sich heilt. Nein, das ist echt... Komplett übertrieben. 82. Sehr schön. Komm Lobo. 80 Schaden kriegst du ihn. Nee, kriegt er nicht. Warum ist Korken denn gegen die Gegner so effektiv? Nicht, dass es mich stören würde, aber... Der hat so einen hohen Strike. Schau mal mit dir so eine gute Armor, die er nur mit dem Striker ein viel kleiner kriegt. Besser wie die anderen. So lässt es sich vielleicht erklären. Sie hätten am besten nur einen von beiden Schadenswerten genommen. So... Einfach weil man da ein bisschen besser... Und Überblick hätte, wie stark die Charaktere sind. Obwohl man denen vielleicht auch so ein bisschen mehr... Äh, das ist ja mal eine richtig scheiße... Mäßige Gegnerkombination. Gefällt mir aber überhaupt nicht. Äh... Mal ein... Stufe 2 Heatsika. Dann mal mit Lobo ein Stufe 3 Kreisel. Natürlich ist erstmal noch der Wolf dran. Der hat auch gehört, dass ich Lobo gesagt habe. Da... Will er direkt wieder angreifen. Also den. Ah, vielleicht wäre auch das Napalm effektiver gewesen. Gegen die Wölfe macht es echt kaum Schaden. Oh Gott. Das war ja... Erbärmlich. 120... Ich brauche schnell Maya mit noch einem Heatsika. Damit die kleinen Viecher hier mindestens weg sind. Und den da oben kannst du doch erschießen. Ach, oh Gott. Ich habe jetzt erst gesehen... Wann kann Lobo das? Ist Lobo letztens noch ein Level aufgestiegen? Okay, jetzt den Torso Blast. Ah, das ist ja... Duft, dass ich das jetzt nicht vorher gesehen habe. Ja, Torso Blast trifft alle Ziele mit Energie. Sehr schön. Ja, Lobo... Habe ich, glaube ich, gesagt, als wir ihn bekommen haben. Der ist ja so prästigniert darauf, auf so Angriffe, die alle Gegner treffen. Das unterscheidet den so ein bisschen von Maya. Was die Spezialfähigkeit in der Ausrichtung angeht. Ein Elixier. Das nehme ich tatsächlich gerne mit. Habe ich vier Stück. Noch keins von verbraucht. Okay, hier kann man nicht durch. Wäre ja auch ein bisschen zu einfach gewesen. Vielleicht kommen wir doch auch ein bisschen schneller durch den Wald durch, wie ich dachte. Aber ich glaube... Ich will nicht darauf wetten, dass wir in dieser Folge fertig werden mit dem Wald. Wäre natürlich sehr schön, aber ob es der Fall ist, das werden wir noch abwarten müssen. Sollen wir mal Lobos Torso Blast direkt einsetzen. Aber mal schauen, wie viel Schaden der macht. Das sieht auf jeden Fall noch mal cooler aus wie der Kreisel. Macht minder guten Schaden. So, ein Heatsseeker. Das Schade ist halt... Das Korken... Da kann ich ja mit der Chor-Attacke durchballern. Das Korken noch keinen Angriff hat, mit dem er alle trifft. Aber so ging es auch. Ziemlich effektiv. Auch wenn ich hier ziemlich viel Chor mittlerweile verschwende mit der Gruppe. Der Torso Blast kostet halt... Oh, der kostet ja extrem viel. Das ist tatsächlich ein bisschen... Da ist es mir schon ein bisschen übertrieben. Zumal er jetzt nicht so extrem viel Schaden gemacht hat. War ein ganz nützlicher Angriff, aber mehr jetzt auch wiederum nicht. Ist nicht hier der Over-Burner, der irgendwie... Wie viel kostet der? Oh Gott, jetzt einmal rechnen. Ähm... 10 sind 38, 20, 48... Der kostet 23 Chor. Da könnte ich zwei Feuerschicksalskarten zaubern, die... Ja, das dreifache an Schaden machen. Ja, vielleicht sogar noch mehr. Okay, hier ist der Torso Blast tatsächlich... Wieder mal nützlich. Auch wenn er so viel kostet. Jetzt hat die Biene schon umgehauen. Dann Heatsieker. Und Korgan erledigt den da unten. Na, natürlich erledigt Korgan nicht den da unten. Der wird uns nochmal einen voll aufgeladenen Angriffler da reinschmettern können, weil Lobo... Ach, doch nicht. Komm, Korgan. Wäre jetzt irgendwie verfehlt oder so, dann hätte ich geheult. 770 Erfahrung. Direkt wieder ein paar Chorruhen. Zum Glück habe ich das Geld gespart und nicht angefangen, alle auszurüsten. Weil es ja zum Glück die Stellen, wo es tatsächlich wichtig ist, alle ausgerüstet zu haben. Daher kann ich mir das Geld ja erstmal sparen dafür. Es sieht aus, als hätte man hier was hingepackt. Da ist es aber nicht. Auf jeden Fall ein nettes kleines Versteck noch gewesen vor dem nächsten Abschnitt. Schaut euch das einfach an. Obwohl es auf der Karte tatsächlich immer wilder aussieht, wie es tatsächlich ist. Aber das ist schon immer sehr demotiviert, wenn man auf so eine Karte schaut. Schön ist das nicht. Naja, genauso wie diese Gegnergruppe hier. Ist so schön, weil ich hasse das, wenn ich von den Gegnern sonst wohin geschmissen werde. Da verliere ich immer voll die Orientierung. Ich würde sagen, Granaten und Napalm-Action da unten. Wo macht das Napalm bei Lobo mehr Schaden? Oder ist es einfach nur auf mehr Reichweite ausgelegt? Das ist tatsächlich gerade die Frage. Ne, ich glaube, selbst da hätte ich nicht mit Mayas Napalm getroffen. Zum Glück heilt er nicht. Napalm? Mh, Mist. Einmal Du hier drauf geschlagen. Das ist auch unerledigt, Maya, wieder mit ihrem wundervollen Heatsfeaker. Und wie gerade mein meistbenutzter Angriff, habe ich dir das Gefühl. Das hat den da unten aber nicht umgehauen. Mh, ist das jetzt tragisch? Wie viel Schaden machst du mit einem normalen Angriff 29? Leider zu wenig. Ich hätte den Roboter ausschalten sollen. Naja, egal. Ich hoffe ja mal, dass Maya das hinkriegt. Ja. Sehr schön. 1.400 Erfahrung, 1.500 Gold und eine kleine Sicherung. Es ist mir seit Ewigkeiten nicht mehr passiert. Und jetzt passiert es mir zwei Folgen hintereinander. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ja, ihr könnt es euch wohl denken. Ich bin wieder im Nachkommend. Ich weiß auch nicht, warum ich auf einmal so am Ende vergesse, es aufzunehmen und wieder draufzudrücken. Heldenherz. Sehr schön. Das ist eine Verbesserung von dem Stahlherz. Eigentlich gar nicht mal so sehr schön. Ich weiß gar nicht, warum ich jetzt so getan habe. Als würde ich mich darüber freuen, weil das tue ich nämlich gar nicht. Ja. Wir müssen hier immer noch unseren Weg durchführen. Und ich finde diese Karte immer noch so verwirrend. Das ist... Ja, nee. Ist einfach nicht gut. Da bin ich gerade vollkommen raus, wo ich hergehen kann und wo nicht. Umständlicher hätte man es auch, glaube ich, kaum machen können. Und die nächste Gegnergruppe. Yay. Mit einem Helgag und zwei Wölfen. Weil er kann verätzen. Ich glaube, ja, weil Lobo mal wieder glaubt. Und hier nicht so ganz das machen zu sollen, was er machen... Ähm, das machen zu wollen, was er machen soll. So rum. Deutschkenntnisse. Adieu. Ja, haut da uns doch mal ordentlich einen rein. Da habe ich auch mal gemerkt, dass ich mal vielleicht mal hätte heilen sollen. Habe ich natürlich nicht gemacht. Ah, und da war ich sehr frustriert darüber, dass Lobo es nicht geschafft hat, den mit einem 2 umzuhren, weil Corrigan schafft hat es nämlich. Und ich hatte einfach angenommen, dass Lobo das ja dann locker packen müsste. Ich bin tatsächlich froh, wenn ich Lobo wieder rausnehmen kann. Weiß nicht. Ist einfach... Ja... Nee, es ist nicht so toll mit ihm. Ich mag den Charakter-Lobo eigentlich ganz gerne. Der ist mir irgendwie sympathisch, aber so von den Kampfqualitäten her... Da hat der halt nix, was ihn jetzt irgendwie zum Beispiel wertvoller machen würde, wie einen Arheim. Oder eine Selina. Oder sogar auch diesen Korn. Von Grubmire ganz zu schweigen. Einmal Vollheilung für alle. Da verschwinden ja nochmal schöne Wurzeln an Corrigan, die er gar nicht gebraucht hätte. So macht man das. Ja, komm, geht doch weiter. Wenn man hier sitzt im Nachkommentar und so denkt so, ja, die Karte ist wunderschön. Musst du dir nicht nochmal anschauen. Oh, der Kampf ist ätzend. Vor allem, weil ich mich da, glaube ich, auch ein bisschen unpraktisch anstehen. Stellung, um das mal so zu formulieren. Das wir uns immer so umzingeln lassen. Ich weiß, ich erwähne es viel zu häufig, aber ich finde es auch immer wieder komisch. Aber warum auch nicht, ne? So, einmal den Tau so blast auf voller Stufe. Langsam tun mir die Augen weh von dem Angriff. Weil ich weiß nicht, wie das für euch ist, aber für mich ist es ganz schön grell. Ja, da hole ich einmal mit Korg nochmal schnell den Roboter kaputt. Was mich übrigens wundert, dass ich es tatsächlich auf Anhieb schaffe. Aber nicht schlecht. Weil er braucht nochmal irgendwie einen besseren Angriff, mit dem ich sie alle treffen kann. Der Hietziger ist ja wirklich nur dafür da, hauptsächlich um so Restschaden auszumerzen. Und der heilt einfach so übertrieben gut. Das ist ja schon fast sinnlos. Und einmal weggeballert hier. Ah, nicht ganz. Kriegt ein Lob, aber nochmal schön ordentlich einen rein. Ist ja auch toll. Aber jetzt, komm, müsst du das eigentlich beenden? Ah, ne, nicht ganz. Stimmt. Die halt mehr aus. Dann haut Mai nochmal drauf und das war's. Für mich wie so ein Fußballkommentator. Toll, nur mit dem Unterschied, dass ich eigentlich schon weiß, was hier passiert. Habe ich ja tatsächlich Respekt vor so Sportkommentatoren. Ich weiß, das passt jetzt nicht ganz so rein, aber... Ich glaube, da wüsste ich nicht immer so, was ich dazu sagen sollte. Weil, wie viel Hintergrundwissen die meisten haben, müssen damit die irgendwas labern können, wenn das Spiel so gar nicht spannend ist. Aber ich entscheide mich zu dem einen Ausgang, den man rechts oben in der Ecke sieht, zu gehen. Und natürlich erstmal die Erwählten umzukloppen. Diesmal sind es nur zwei, das ist recht angenehm. Maya würde ich gerne bei diesem ganzen Wald hier gegen Aram gerne tauschen, weil sie mal so schön in Position steht, mehrere auf einmal anzugreifen in einer Reihe. Und es halt nicht nutzen kann, weil sie noch keinen Angriff hat, der das kann. Das ist auch so bei Leveln bringt tatsächlich bei Charakteren wie Selina und Korgen. Mir hat Lobo übrigens mal eine ganze Planung zunichtig gemacht, indem er verfehlt. Aber bei so Charakteren, die ihre Spezialfähigkeiten mit den Leveln lernen, da kann man Korgen zum Beispiel auch relativ früh schon so an dem Punkt haben, wo er alle Gegner angreifen kann. Während andere Charaktere wie Maya und Lobo hat... Ja, Lobo so halt, der kann ja diese... ...alle Gegner angreifen, Attacken auch per Level lernen. Oder zum Beispiel bei Maya. Maya lernt ja keine einzige Attacke per Level. Die muss ja... Die lernt ja alles über Modifikation. Und er bringt tatsächlich weniger. Oder auch Grub. Ich glaube, Grub lernt bis aufs Reparieren. Und die Combo mit Led auch alles über Modifikation. Aram lernt größtenteils über Modifikation. Ich glaube, drei Angriffe kann er so lernen. Selina lernt, wie gesagt, auch alle Angriffe ohne Modifikation, sondern per Level. Genauso wie Led. Aber du auch eigentlich alles... Äh, nicht eigentlich. Lernt auch alle Angriffe per Level ab. Und... Ja, habe ich jetzt vergessen. Runner... Runner lernt die meisten auch per Modifikation. Es dürften... Äh... Zwei Angriffe... Ne, drei. Er kann ja auch stehlen. Es sind drei Fähigkeiten, die er... ...mit einem Level ablernen kann. Ja, jetzt gehen wir weiter. Ha, ich überlege gerade, ob ich eine Korone nehmen soll. Habe ich jetzt einfach mal gemacht. Verbraucht tatsächlich ziemlich viel Koron mit denen, weil ich habe einfach mal versuchen will, die Spezialfähigkeiten einzusetzen. Und... Dann haben wir da. Irkon, ich bin es, Koron. Koron, wir fürchteten bereits, alle unsere Brüder seien tot. Wer seid ihr? Leila hat uns zu ihnen geschickt. Bormen ist tot und sie sammelt ihre Streitkräfte, um die Stadt anzugreifen. Leila, dann gibt es also noch Hoffnung. Wann schlagen wir los? Sobald sie die Garde wieder zusammengetrommelt hat. Sie sind die Letzten. Was machen sie überhaupt hier? Wir sind während der Invasion aus der Stadt entkommen und haben uns hier versteckt. Allerdings mussten wir feststellen, dass die Erwählten auch die Kraftwerke unter ihre Kontrolle gebracht hatten. Wir müssen den richtigen Moment abwarten und das Kabel zerstören, das Windcity und die Erwählten mit Energie versorgt. Aber wie sollen wir das Kabel durchtrennen? Wir müssen einen starken Strahl darauf konzentrieren, der genug Hitze erzeugt, um das Kabel zu zerschneiden. Dazu brauchen wir aber eine Lichtquelle und ein starkes Okular. Sobald wir diese Mission erfüllt haben, kehren wir zu Leila zurück. Ja, da hat der gute Gabriel einfach mal eben schnell die Stimme gewechselt. Ich glaube, es war wieder Arimes oder Dukes. Ich kann die irgendwie nie bei NPCs auseinanderhalten. Naja. Wir würden jetzt eigentlich mal mit Maya reden. Ich glaube, ich erwähne noch, dass ich nicht weiß, ob man die auch ohne Korgen ansprechen kann, weil ich Korgen bis jetzt immer dabei hatte. Lobo benutzt im Kampf immer so einen Lichtstrahl. Vielleicht können wir damit das Kabel im Wald durchtrennen. Aber woher sollen wir ein Okular bekommen, das stark genug ist, das Licht zu bündeln? Ja, das haben wir schon. Aber was ein bisschen dämlich ist, sie sagt, Lobo benutzt im Kampf immer so einen Lichtstrahl. Weil diese Attacke hat er vor, in diesem Wald erst gelernt mit dem Torosostrahl vorher, hat er halt noch nie so einen Strahl im Kampf benutzt. Und je nachdem, wie viele Gegner man umgeht, hat er diese Attacke zu dem Zeitpunkt vielleicht noch niemals. Also ist, ja, das ist so ein kleines Plothole. Aber es wäre natürlich jetzt auch doof, wenn man Lobo nicht dabei hätte, weil man dann auch wieder den ganzen Wald machen müsste. Also diesen Abschnitt vom Wald zumindestens. Ja. Wie gesagt, haben wir zum Glück. Und was sage ich wieder dazu? Manchmal labere ich zu viel. Korgen. Ja, kommen wir wieder aus. Irkon, Gabriel, ihr alten Haudegen. Laila wird sich freuen. Darauf erwidern die mal nichts. Scheinbar mögen die Laila nicht so gerne. Kann ich nachvollziehen. Tue ich auch nicht. Und da sind wir auch bei den Leitungen. Schauen wir uns mal an. Natürlich müssen wir ganz am Ende laufen. Da an diese rot markierte Stelle. Woanders würde es natürlich nicht klappen. Das muss das Kabel sein, durch das Winze, die seine Energie bezieht. Immer wieder eine scharfe Beobachtung. Dieses Ding könnte mit einem kräftigen Energiestrahl durchschnitten werden. So einen, wie du ihn auch erzeugen kannst. Ja, aber er müsste mit Hilfe einer Art Okular gebündelt werden, damit er noch stärker wird. Ja, das ist kein Problem. Die Energieversorgung läuft über dieses Kabel. Wenn wir dieses Kabel kappen, schneiden wir den Besatzungstruppen der Erwählten die Energieversorgung ab. Ja, dann machen wir das doch, oder? Weil wir haben ja das Okular dabei. Nichts hält uns auf. Damit sollte die Energiezufuhr nach Wind City unterbrochen sein. Die Erwählten ziehen sich in die Stadt zurück. Die Revolution wird nicht mehr lange auf sich warten lassen. Wir müssen zurück zu Layla. Viel Glück! Die können sich da auch nicht so richtig entscheiden, wer da welche Stimme haben soll. Was lustig ist, dass da jetzt auf einmal ein unbekannter Dritter aufgetaucht ist, den irgendwie niemand erwähnen wollte. Zumal auch Maya gesagt hat, sie sind die letzten zwei. Und auf einmal ist da noch einer. Boah. Den fand wohl keiner wichtig. Mir ist übrigens schade, dass man das Core Okular nicht im Kampf einsetzen kann mit Lobo als Spezialfähigkeit, weil es scheint ja ziemliche Durchschlagskraft zu haben. Wäre eine nette Idee gewesen. So, jetzt bestreite ich eigentlich nochmal nur zwei Kämpfe, die ich ja auch hier auf dem Hinweg schon machen musste. Die schneide ich euch jetzt raus und ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Subterra Core. Und bis dahin, macht's gut!